Die Geschichte einer Winterfliege Vor sehr langer Zeit war ich eine kleine Winterfliege. Ihr braucht nicht lachen, liebe Leute. Ich erinnere mich ganz wohl, dass ich an hohen Fensterscheiben auf- und abkroch und draußen die schwarzen Bäume und den weißen Schnee sah. Zuerst hatte ich noch Gesellschaft, eine lahme Brummfliege, die in dem Frühling geboren war und die mir von ihm erzählte. Die schwarzen Bäume hatten da lauter weiche, grüne Blätter gehabt. Und vor dem Hause, wo jetzt der Schnee lag, war alles bunt und leuchtend gewesen, voll Blumen und Gräser und Duft und Honig. Die blauen Wasserjüngferchen hatten in der Luft geschaukelt wie lebendige Blüten. Und die Sonne hatte einem bis ins Herz geschienen. Und ich sehnte mich nach dem Frühling. Die alte Fliege wurde immer schweigsamer, sie mochte nicht mehr leben. Und fiel eines Morgens tot aufs Fensterbrett. Ich musste nun allein an ihren Frühling denken und ob er wohl wieder käme. Das Zimmer, in dem ich flog, war hoch und warm. Es waren blanke Holzrahmen da und dunkle Schnitzereien, in denen man gut herumklettern konnte. An Nahrung fehlte es mir auch nicht, aber das Herumfliegen machte mir keine Freude. Ich wartete immer. Die alte Dame im Lehnstuhl am Fenster wartete auch. Das fühlte ich. Sie hatte immer ein braunes Kleid an, in der Woche ein wollnes, am Sonntag ein seidenes. Ich kroch gern daran in die Höhe und setzte mich auf die weißen Spitzenmanschetten. Da konnte ich lange sitzen und den alten, dünn Fingern zusehen, die emsig an wollenden Männerstrümpfen strickten. Manchmal hatte sie auch eine Zeitung in der Hand und las halblaut vor sich hin, meist von Schiffen, die ankommen sollten. Manchmal guckte sie auch still und lange aus dem Fenster, und ich dachte oft, sie müsse wohl auch auf den Frühling warten. Eines Tages bekam sie einen großen Brief, den laß sie immer wieder. Ich saß gerade auf dem hölzernen Löwenkopf auf ihrem Lehnstuhl. »Siehst du, kleine Winterfliege?« sagte sie. »Siehst du, jetzt kommt mein Junge, mein Konrad.« Und sie sah ganz rot und glücklich aus. Von diesem Tage an trug sie immer das braune, seidene Kleid und saß noch viel mehr an dem Fenster. Sie holte das alte Silberzeug aus dem Glasschrank und rieb es blank, und das Dienstmädchen machte reine, weiße Gardinen an. So verging ein Tag nach dem anderen, und immer noch warteten wir, die alte Dame auf ihren Sohn, und ich auf den Frühling. Zähnlich kam er. Ein junger, brauner Mann riss die Tür auf. »Mutti, Mutti, Mutterchen!« rief er. Die alte Dame aber weinte bloß und sagte gar nichts und streichelte immerfort sein Haar. An der Tür stand ein junges Mädchen mit hellen Augen und einem weißen Gesicht. Das nahm der junge Mann bei der Hand und sagte, »Dies ist Susanne, meine Braut. Nun wirst du auch eine Tochter haben und eine Liebe dazu.« Aber die alte Dame konnte immer noch nichts sagen. Sie setzte sich auf das Sofa zwischen die jungen Menschen und streichelte ihnen abwechselnd die Hände. Dann wurde der Kaffee gebracht. Ich setzte mich auf ein Stück Zucker, und die Brautleute bekamen die schönen silbernen Tassen. Nun konnte die Mutter endlich sprechen, und sie erzählte von ihrer Brauzeit, und dass sie an ihrem Hochzeitstage mit ihrem Manne aus den Tassen getrunken habe, und am Tauftage ihres Konrads wieder, und dass sie die Tassen nun ihren Kindern schenken wolle, wie auch sie sie von ihrem Vater bekommen hätte. Der junge Mann sprach von seinen Reisen über das Weltmeer, und das junge Mädchen von ihrer Heimat und ihren kleinen Geschwistern, und wie lieb sie nun den Konrad hätte. Die alte Dame sah immer wieder selig von einem zum anderen und griff sich von Zeit zu Zeit nach der Brust. Ich bekam auf einmal wieder Sehnsucht nach dem Frühling und flog an die Fensterscheibe. Draußen lag kein Schnee mehr. Nur Wasserlachen standen auf der Wiese, und die Sonne blinkerte drin wie Gold. An den schwarzen Bäumen saßen überall helle, grüne Spitzen, und meine Flügel zitterten vor Verlangen, hinauszufliegen, aber das Fenster war verschlossen. In der Nacht war viel Gelaufe im Hause. Ich hörte Türen auf und zuklappen und einen Wagen hin- und herfahren. Auch war mir, als würde oben geweint. Und am Morgen kamen der junge Mann und das junge Mädchen blass und mit schwarzen Kleidern in die Stube. Sie setzten sich still auf das Sofa und sprachen lange kein Wort. Plötzlich stand der junge Mann auf, strich sich mit der Hand durch die Haare und sagte, »Komm, Sönnchen, sie ist vor Freude gestorben, und in Freude wollen wir an unsere liebe Mutter denken. Wir werden diesen Frühlingstag nicht vergessen und in alljährlichem Andenken an diesen seligen Tod feiern. Sieh, wie draußen alles zu neuem Licht ersteht! Komm!« Und sie gingen Hand in Hand hinaus, und ich flog ihnen nach. Draußen war lauter Licht und Sonne, und mir war, als flöge ich zum ersten Mal. Ich huschte selig von einem Baum zum anderen, bis ich an einen kam, der kein Blatt, aber viele leuchtende Blüten hatte. Wie das duftete und flämmerte! Ich taumelte von einem Kelch zum anderen, schlürfte und trank und taumelte. Und die Sonne schien mir ins Herz, und die blauen Wasserjüngferchen schaukelten um mich hier, und alles rauschte, brauste, zitterte. Da muss ich wohl auch vor Freude gestorben sein, denn weiter weiß ich nichts mehr aus der Zeit, da ich eine kleine Winterfliege war. Das war die Geschichte von der kleinen Winterfliege. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut! Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2021